wir haben es mal wieder ganz gediegen am start heute zeige ich euch mal wie an eurer basis act 1 2 und 3 die ausrüstung als auch die vorbereitungsmission innerhalb von sekunden überspringen könnt ihr braucht hierfür natürlich auch ein bisschen kohle ich werde euch das kurz einblenden wie viel ihr für welchen akt braucht dieser klitsch ist ein bisschen untergegangen gerade in den community habe ich bemerkt dass die leute halt die ausrüstung beschaffen und auch die mission sich dort regelrecht durchquälen deswegen heute mal die kurze variante kostet natürlich halt ein bisschen schotter wie gesagt aber ich hoffe mal dass der ein oder andere das investieren kann denn das was er dann am ende rausbekommt sollte das auf jeden fall decken gerade bei akt 2 ich habe mir auch extra 2 mal rausgesucht weil da haben wir das problem dass wir hier unten zwei ausrüstungsmission haben und nicht nur eine da müssen nämlich aufpassen dass er das richtige auswählt ansonsten müsste das unsere komplett erledigen auch noch eine kleine sache sobald ihr die ausrüstung und die vorbereitungsmissionen geklitscht habt habt ihr natürlich auch bei warstock die ganzen sachen immer reduzierten preis im angebot ihr müsst hier ein bisschen aufpassen das ganze ist ein bisschen timing und ein bisschen hinhören wenn ihr euch als co registriert habt man hier an diesen bildschirm ran geht reichte pfeiltaste drückt dann hat der diese piep geräusche im hintergrund wir hören uns das mal kurz an und wenn wir jetzt hier einmal auf die ausrüstung viereck drücken hört sich das nämlich wie folgt an das ist ein kurzer kleiner piepton danach kommt diese meldung mit bist du dir sicher dass du die ausrüstung kaufen willst jetzt macht ihr nämlich folgendes ihr drückt auf die ausrüstung dauerhaft viereck lasst die viereckstaste los und dann gleich die rechte pfeiltaste so dass wir einen doppelten piepton im hintergrund hört wir probieren das ganze einmal aus ihr habt gehört das hat kurz hintereinander gleichzeitig gepiept wenn wir jetzt hier mal kreis drücken sollten wir dann nicht auf der ausrüstung landen sondern auf der vorbereitung also wir probieren das ganze noch mal dauerhaft viereckstaste drücken und loslassen rechte pfeiltaste danach so es hat jetzt wieder doppelt gepiept und jetzt wissen wir natürlich das timing hat jetzt funktioniert wir drücken jetzt hier einmal x zu bestätigen ihr müsst jetzt aufpassen es wird jetzt hier nicht freigeschaltet ihr dürft das jetzt nicht noch mal kaufen sondern er geht jetzt zum nächsten runter und macht das jetzt bis zur vorletzten ausrüstung bei der letzten ausrüstung jetzt aufpassen dass ihr nicht das erste nehmen sondern das zweite damit werden automatisch beide freigeschaltet wir machen das ein letztes mal so und jetzt kreis rausgehen interaktions menü basis verwaltung hier macht diesen bildschirm einmal aus ab und zu bekommt er dann gleich einen anruf von läster dass alle vorbereitungen erledigt sind beim zweiten akt und ich glaube auch beim dritten akt ist das nicht der fall ihr macht jetzt auf jeden fall wieder im interaktions menü unter basis verwaltung einmal den bildschirm wieder ein und ihr seht wir sind instant im finale wir können das ganze jetzt starten ein ganz wichtiger tipp ihr dürft jetzt auf keinen fall die sitzung wechseln oder aus dem spiel rausgehen sonst speichert das ja nicht ab am besten ist ihr geht jetzt einmal wieder ins interaktions menü geht aufs stil nehmt ein outfit und zieht jetzt ein outfit an damit ihr unten rechts eine kleine speicherschnecke bekommt denn ansonsten passiert folgendes ihr geht raus kommt wieder rein und wundert euch warum ihr noch mal alles machen müsst aber eure kohle ist weg deswegen passt da bitte auf ihr könnt ihr aus sicherheit auch gerne kurz starten damit ihr mal kurz drin seid denn dann speichert das auf jeden fall ab das war es jetzt auch wieder mit dem kurzen kleinen video ich hoffe euch hat das gefallen wir sehen uns dann wieder im nächsten video bis dahin leute haut rein und tschoss